Willkommen liebe Clasher und Clasherinnen beim WDM Thors Nagatuto beim Clan Tirol 1809 Ja Grüße aus Tirol so heißt ja eigentlich diese Folge hier und ich habe schon seit zwei Tagen beziehungsweise schon seit mehr als zwei Tagen hier noch so ein paar Angriffe auf dem Zettel stehen die bin ich euch einfach noch schuldig und die wollte ich gerne abarbeiten denn wir haben schon einen klaren Klick weiter und ihr seht das hier wir haben leider den letzten verloren sehr sehr knapp aber den davor das war der 5050 aus dem Livestream von Samstag und ich habe einfach noch ein paar Angriffe die will ich euch nicht vorenthalten denn sie waren wirklich sie waren wirklich gut fand ich zumindest also wir werden heute sehen ein Rathaus 7 8 ein Rathaus 9 ein Rathaus 10 und ein Rathaus 10 11 beziehungsweise 10 auf 11 oder 11 auf 10 ich muss ich muss noch mal gucken ich bin schon am rumspulen wo ich jetzt eigentlich anfange 44 steht hier bei mir auf dem Zettel also auch hier wieder wo ich sage ja ich kann nicht alle zeigen aber ich zeige immerhin etwas und ja ich weiß auch nicht genau weil ich mir die drei Stunden Livestream meistens nicht noch mal angucke wen ich eigentlich schon gezeigt hat und wen nicht also auch das müsst ihr mir mal nachhalten wenn es jetzt heißt ja Toto den haben wir schon gesehen im Livestream ist halt so ist halt so kein nichts für aber ich habe ich mache mir meistens so eine kleine Liste gucke mal durch die Angriffe durch so dass ich so ein bisschen was aus jeder Range drin habe und dann werde ich hier zumindest den Rathäusern so ein bisschen gerecht wo ich dann auch in Clans bin die dann auch noch kleinere Rathäuser bespielen das ist ja auch nicht immer üblich oftmals ihr seht das ja in Thorsten dort gibt es nichts unterhalb oder großartig es gibt zwar zwei Achte aber das sind auch immer nur unsere Lückenfüller unten und ich glaube ich habe mich ja schon im Stream aufgeregt darüber über diese Lockmethode endlich ist die Hexe weg was die was eine Hexe angeht mit dem Babydrachen und und dann hier vor allem mit seiner Truppe mit also 27 ich glaube ich habe gerade 27 oder es waren sogar mehr Bogenschützen hier gezählt unglaublich echt also in vielen vielen anderen Clans sage ich einfach mal so fliegt man einfach raus wenn man hier nicht CK Truppen nutzt dazu gehört vielleicht mal ein Clean-Up-Bogi aber gleich so viele hier denn die Minenwerfer ja natürlich ein gefundenes Fressen für die es sei denn sie sind schnell weg und das sieht ja aber ganz gut aus Max Pekka schön hinter den Riesen das ist natürlich Luxus keine Frage und gute Wahl hier finde ich für so einen Angriff dann sich so einen in die Clan-Burg reinpacken zu lassen denn der geht hier nahenlos durch die Base-Tools der hat ja auch weit über 5000 Healpoints also und den dann so als Rathaus Level 7,8 ja das ist ja zwar ein 8er Rathaus aber die DEV ist natürlich weitgehend noch auf Rathaus 7 Niveau musste die erstmal runterschießen muss man muss man fairerweise so sagen den Christo hier sehr sehr schlecht gestoppt sehr sehr schlecht gestoppt er ist zwar sehr sehr behende oder sie man weiß es ja immer noch nicht ich muss ich zweifel da auch immer ran und muss dann immer schmunzeln was erzählst jetzt eigentlich sagst du der Pekka die Pekka das Pekka nein es ist einfach die Blechbüchse da in der Mitte beziehungsweise hier jetzt am Ende an der Konon an der Kanone und dieses Knäuel ja den Christen den Christen mit so einer 7er B ist einfach nicht kaputt das ist so wenn du mal zusammenzählst schön gemacht hier 63 Bogis wunderbar oh das war gar nicht die 44 das war gar nicht die 44 okay aber jetzt die 43 genommen ist nicht so tragisch ich denke mal ist auch in Ordnung wir angeln und zwar ein bisschen nach oben ich habe hier 36 das müsste jetzt neuner sein das ist der Nadi der Nadi auf Nuri das passt ja auch so ein bisschen auf die Rathaus 9 Base hier allerdings ist es auch eine Rathaus gerade mal so 9 Base denn ich sehe hier noch richtig viel Defense vor allen Dingen die Magier Türme ich markiere sie eben mal sind natürlich längst nicht auf Rathaus 8 und er nutzt einfach mal die Gunst der Stunde hier als Rathaus 9er um mal so ein bisschen was weg zu blitzen hat erst 3er beziehungsweise hat erst die das heißt erst hat die Drachen auf 3 und nutzt einfach mal einen Machttrank um die auf 4 zu pumpen super Sache finde ich nach wie vor cooler Trank hier genau für solche Rathausstufen ich meine du kannst den Trank ja auch als gerade wenn du irgendwas frisch bist frisch R7 R8 nutze ich auch ich nutze den Machttrank da auch wie blöde nämlich Max Golems und Max Hox ich bin da immer noch irgendwo längst nicht längst nicht soweit und für den CK immer wieder gut zu nehmen ist auch gut ist ich finde es ist eine vernünftige Wahl dort diesen Machttrank zu nehmen und auch zu nutzen dafür ist er ja da und man sieht das auch hier durch diese Base hier okay da waren jetzt zwar viel Luftabwehren aber zwei hat er schön geblitzt hat er gut gemacht so macht man es genau so geht es gegen so eine Base zwei Luftabwehren weg blitzen und dann Drachen mit ein paar Loons im Gepäck hier durch seine Base schicken ja okay da ist jetzt ein Feger der macht da so ein bisschen Trouble aber einfach mal ehrlich jetzt werden wir jetzt mal gucken wir haben jetzt noch drei Bogenschützentürme und ein Magierturm Level ich glaube es ist Level 4 so wie ich das sehe ähm vor uns das ist ähm ja das ist das ist ja nichts mehr für Drachen das müssen wir mal ehrlich sagen denn äh die brauchen einfach nur Zeit die brauchen einfach nur Zeit die Defense ist völlig uninteressant und schön gemacht hier und oh weh oh weh hier hinten lauert noch der Troll Tesla auf Level 1 Eieieiei ich denke da brennt trotzdem nichts an hier gut gemacht hier gute Wahl mit den Drachen und 34 auf 36 ist auch jetzt nicht so super nach unten gegangen und ähm der CK hier hat mir auf jeden Fall ich bin ja jetzt schon ein CK weiter ich mache auch den nächsten hier mit so gefällt mir hier nämlich ganz gut und ich hatte ja schon mal gesagt in den Clans wo ich zu Gast bin wenn es mir ganz gut gefällt dann bleibe ich eigentlich auch ich bleibe eigentlich auch immer ganz gerne beziehungsweise dann treibt mich erstmal nichts weg weil ich habe ich habe keine Eile ich habe keine Eile ich habe keinen Drang und ähm er freue mich einfach an den Klangkriegskämpfen an dieser Base hier konnte ich mich mit meinem 10er nicht erfreuen die ist so unbequem ah die ist so das ist nur die 9er Base der jetzt 10 ist und ähm noch 8er Def hier hat vor allen Dingen trotzdem hatte ich ich muss sagen auch ich hatte keinen Bock auf die Base so muss ich es einfach mal sagen denn ich hätte die auch machen können aber hab gedacht ne äh äh ich gehe lieber viel viel höher als dass ich mir so ein Mist hier aber den Mist hat sich Kilian hier angetan und äh ich denke mal auch seine Truppen sind hier gute Wahl nochmal schauen hier ja der Gegner hatte zumal äh fast immer ähm eine Hexe drin mit dem Baby ist nach wie vor eine gute Kombi hast ein bisschen Luft hast ein bisschen bisschen Boden also vor allen Dingen die Hexen ballern ja ein bisschen auf Luft also gut wenn natürlich ein Drache da fliegt dann ist der Pipi Schaden von der Hexe auch auch nicht sehenswert und ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch so sehen wir das mal ein bisschen näher ich bin wieder viel zu weit weg und ähm von daher ja ich nehme auch vor allen Dingen sehr sehr spät auf ihr habt ähm gestern jetzt muss ich gerade mal rund rechnen ich nehme ja immer sehr zeitnah auf also sehr sehr eng auf äh weil ich für Schneiden auch wirklich nicht mehr lange brauche also heute Abend Mittwochabend ähm habt ihr ja trotzdem heute eine Mittwochs Minifolge gehabt von den ähm ähm Neuerungen beziehungsweise von den neuen Herausforderungen die es geben wird finde ich wirklich wirklich gut also meine Meinung das ist nur meine Meinung da hat sich Supercell Gedanken gemacht wie können wir hier ähm Legenden Spieler Titan Spieler ähm Spieler in verschiedenen Ligen einfach mit in diese Clan Games einbeziehen sodass sie sich richtig reintun können ich finde wenn die das so bringen ist das durchaus gelungen mit so ein paar paar witzige Anekdoten greife ohne Helden an und ohne Zauber finde ich echt gut äh das ist mal so ein bisschen was sicherlich für unsere Lachmuskeln und ähm für unsere Lachmuskeln war glücklicherweise der Angriff nicht ich habe hier also als erstes auf einen oder überhaupt ähm hier auf einen 10er angegriffen der so ein bisschen so aussieht ja ich sag mal so ein bisschen wie ich so ein bisschen wie ich hier hat ne hat ne die Fans ein bisschen auf 10 bisschen auf 9 ähm nichts auf 8 ok der X-Bogen da ist jetzt noch auf Start von 10 aber ich habe mich für einen typischen Bola Walk entschieden hier war noch kein Angriff drauf ich wusste also nicht was mich erwartet also so ein Tesla hier der stört mich jetzt nicht wirklich und meine Base ist da zwar schon ein bisschen stärker aber trotzdem es ist immer ich sag's auch immer wieder und ihr seht das hier äh ich wurde dann danach angesprochen Toto der Golem da ist er ich markiere ihn hier hier oben mal äh der muss vor die Bola äh ja habt ihr recht oh man ja auch da war ich ein bisschen verpeilt hab den Golem dann irgendwann mal rausgesetzt in der Hoffnung na komm der tankt jetzt noch irgendwas aber eigentlich übernehmen die Tankfunktion hier weitgehend meine Bola und ähm so ein paar gehen außenrum noch schön mit Heilern ein paar gehen hier hier außenrum mit Heilern also genau so will man es eigentlich haben du hast ein bisschen Tumult in der Mitte und jetzt tankt auch endlich mein Golem da also er hat doch noch seine Daseinsberechtigung gehabt und ich spule dir mal ein bisschen vor denn äh oftmals oder sehr sehr wenig zeige ich meine Angriffe wir wollen eure Angriffe sehen denn ähm meine Angriffe kennt er mal recht mal schlecht äh so der CK Freak bin ich ja auch nicht aber ich bin immer mit Spaß bei der Sache bei da könnt ihr das könnt ihr mir glauben ob nun fehl oder nicht fehl aber hier ist es mir mal gelungen und wir waren jetzt schon auf der 21 ich bin jetzt schon ich äh gehe jetzt schon so ein bisschen hier höher ähm 22 hatten wir wir sind auf der 12 ähm ja zufälligerweise zeige ich nur 3 Sterner der 12 hier oder die Nummer 12 hat der Burak gemacht Burak zählig ähm sehr sehr spät hat er auch gesagt huch Leute finde ich auch immer witzig äh 50er CK ähm ziemlich aktive Truppe hier und dann kommt einer rein so 3-4 Stunden Verschluss oh ich hab gesehen wir sind ja im Klankrieg ist natürlich auch immer eine witzige Anekdote dann so nach dem Motto oh ich muss ja meine zwei Angriffe machen und ähm ich mach mal eben einen ja ich hab ja ein bisschen was fertig und ist ein Dip hier von Rathaus 9 äh von Rathaus 11 auf Rathaus 10 aber durchaus das habt ihr auch schon bei mir gesehen ist es nicht immer ein Dreier auch ich fehle hier immer wieder ganz gerne ich hoffe nicht nicht ich hoffe ich gelobe Besserung ich werde ein bisschen üben ich äh werde so ein bisschen was ein bisschen was tun so muss ich da sagen bisschen an den Taktiken feilen aber letztendlich äh manchmal stelle ich das üben auch gerne in Frage letztendlich ist es oftmals das üben der Truppensetzung denn äh wenn du ja die Franchi Challenges machst hier die Herausforderungen innerhalb des Clans dann hast du zwar immer eine Base aber es wird natürlich sehr selten die CK Base sein die du jetzt gerade anpeilst und ähm aber einfach nur also üben geht auch darum äh Truppen setzen üben äh Warden zünden üben ja Toto muss das vor allen Dingen üben ganz ganz krass denn entweder zünde ich meinen Warden viel viel zu spät manchmal kann ich dann kann ich mir den Luxus auch erlauben gerade beim Dippen aber manchmal habe ich ihn auch wirklich verpeilt habe ihn viel viel zu spät gezündet und ähm das kann dann schon mal ausschlaggebend sein ich hoffe dass mit meinem 20er Warden das alles besser wird ich meine jetzt ist er immerhin ist er dann 20 Jahre alt das ist volljährig also da geht auf jeden Fall auch beim bei meinem Warden hoffentlich mal ein bisschen mehr was aber letztendlich sitzt der Gehirnschmalz natürlich vorm PC oder vorm Tablet oder vorm Handy und nicht im Spiel denn dort ist die künstliche Intelligenz unterwegs und die wird leider natürlich was heißt leider gesteuert von einem Menschen und ein Mensch macht Fehler also den Fehler hat der Burak hier aber nicht gemacht hat die schöne drei Sterne eingefahren richtig krasse Sache also hier hier einfach nur mal die CK Kämpfe denn ich bin dem Clan hier so einen kleinen Dank schuld ich mache ja meistens in den Clans wo ich aktiv bin auch immer mal gern Video so ein bisschen aus Clan Verstellung oder auch als ein bisschen Werbung für den Clan hier aber wir sehen in der Regel auch nette Clan Kriegskämpfe und wir sind hier von eins auf zwei das ist der Mario der Mario hat schon öfter relativ gute Angriffe hier geliefert und ich hätte schon einiges aufnehmen können aber letztendlich manchmal sage ich mir auch ja das war aber der vergangene Krieg und ähm der ist ja der ist der ist gewesen der Schnee von gestern die Angriffe sind cool keine Frage ihr wisst selber eben so viel Clans wo ich mich tummel da kann ich eigentlich immer was cooles aufnehmen ähm ganz kurile Angriffe sowie eben mit den 63 Ohrenschützen mal eben ähm sowohl auch äh hier so ein was weiß ich Pekka Walk äh 8 Pekka und 10 Heiler oder sowas aber ähm ich denke mal die gewohnte Kombi hier mit Hexen und Bohlern hier durch so ein Max R-H11 ähm die sich da so durchfressen vor allen Dingen durch die Zwiffermauern hier in der Mitte boah da kriege ich immer so ein bisschen Fummel aber der Sprung war super gesetzt hier nochmal also mit drei Sprungen hier mal eben die Base durchjumpt und ja ich denke alles hier läuft noch alles gut nach Zufriedenheit vor allen Dingen hier unten die Flanke hier noch mit den Heilern dabei die kriegen jetzt immer ab und zu mal ein Luftbämmchen ab aber ist alles nicht so schlimm solange die Hexen noch sauber hinter den Bohlern sind und immer vor den Bohlern ihr seht das ja hier hier sieht man das mal richtig gut vor den Bohlern die Skelette sind perfekt die Skelette sind hier die Minitanks und die Bohler machen einfach den Schaden und die Hexen sorgen dafür dass die Minitanks immer wieder da sind und vor allen Dingen die überrennen die Bohler immer wieder das ist wirklich gut die sind nämlich ein bisschen schneller und deswegen ist das nach wie vor es ist einfach eine coole Kombi und wenn die coole Kombi läuft dann läuft es ist einfach so schön gemacht hier von Mario ja den CK den 50er haben wir also gewonnen der nächste findet Ende des Monats statt hier ist ein bisschen Platz drin also ich weiß nicht ich kenne die Aufnahmekriterien hier beim Wolter das ist nämlich der der mich eingeladen hat jemand aus meiner Community hat mich im Discord angesprochen Toto hast du Bock auf den 50er da sagt der Toto in den seltensten Fällen nein denn irgendeinen habe ich immer frei in den seltensten Fällen den Thorsten im Moment levelt er ja Helden oder spielt natürlich bei Bethesda hart mit aber hier habe ich natürlich zugesagt mit dem R10er ihr wisst selber der levelt dann eher ein bisschen langsamer weil ich ja auch Ausgaben habe Clankrieg Spenden und so weiter macht mir aber nichts macht mir nichts ich finde den ich möchte den Spaß an den Clankriegen vor allen Dingen nicht verlieren nur weil ich jetzt auch mal vieles aus meinen normalen Farmsachen und so weiter zeige also 133 116 den letzten knapp verloren ist alles nicht so schlimm ich blende euch den Clan nochmal ein es ist der Clan Tirol 1809 Level 10 Clan kommt herein und bringt ein Bier mit super Motto am letzten Wochenende des Monats machen wir einen großen Clankrieg mit allen Mitgliedern Rot gibt es dann nicht okay da müssen wir mit leben großer CW ist wieder am 30.03 also am Ende des Monats freue ich mich schon drauf ich denke den mache ich auch noch mit denn so ein bisschen so ein zwei Helden Level gehen bis dahin vielleicht auch bei mir und es lohnt sich einfach nicht hier raus zu gehen im Moment bin ich sowieso in den Clan Spiegeln hier ich hoffe die Folge hat euch trotzdem gefallen also nochmal den Gruß in den Clan in den Clan Tirol 1809 Grüße von mir an euch liebe Clasher und bis dahin euer Toto Clasht bis zum nächsten Mal